Schon unsere erste Begegnung offenbarte mir, ein bezauberndes Land voller Stolz und Schönheit. Mit dem Kanjar auf der einen Seite und Weihrauch auf der anderen. Du schenktest mir dein Lächeln, dein sanftes Hallo so belebend wie dein Kaffee und so süß wie Halva. Deine Wellen singen die Lieder der alten Fischer. Deine Wasserwege flüstern die Poesie der Beduinen, der Jebali und Kumsari und der Generationen gastfreundlicher Menschen, die in deinen elf Regionen zu Hause sind. Du bezauberst mich mit dem Glanz deiner Meere, mit der zeitlosen Schönheit deiner Schlösser und Burgen, mit der erhabenen Anmut deiner Berge und dem stillen Charme deiner Wadis und Wüsten. Oman, du bist das Land der unendlichen Abenteuer. Eine üppige Oase, die immer wieder neu erblüht. Und wo jedes Abenteuer mit Shangri-La beginnt. Schau ins Land reisen. Urlaub in besten Händen.